Willkommen zurück zu Let's Play Gunmetal Zone 2 Mission Fortification Wir haben jetzt die Hellfire Raketen, eine Reihe von vier starken Cruise Missiles die ideal für Schlagen und Rennen Taktiken sind Anfeindlichen Konvois oder Basen Freigegeben an einer Entfernung und Minimals Return Enemy Fire Ah, okay, und Granatnerver Nur viel größer, nutzt hochkompressive Gase, um die Dinger ganz schön weit weg zu schießen Mavericks, da hatten wir die Torpedos Ja, nehmen wir da mal die Hellfire und hier hatten wir die Torpedos Nehmen wir dafür mal die Granaten Ich meine, mein Gott, das ist eigentlich einfach eine Stufe 2 Waffen Jo, ziemlich leichte Mission, ziemlich schnell verstanden Das ist halt so eine simple, einfach alles abfetzen Mission, denke ich mal Jo, ja, immer locker bleiben Die Sonne ist nicht hilfreich Ob es wohl auch Nachtmissionen gibt Könntet ihr mal hoffen, auf mich zu schießen Danke sehr Meine Herren Mein lieber Ehrgesangsverein D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Ah, ich möchte einmal bitte Flug der Walküren Dun-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-dv-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Ok, rumdrehen Oh, ich sage, die Sonne ist scheiße, ich sehe nichts Ich sollte mit der Sonne im Rücken kämpfen, das wäre praktischer Das ist übrigens die bösartige, schreckliche Streitmacht, die hier unsere Basis attackiert. Haufen seltsamer Heli-Dinger. Hover-Heli-Jets. Ich denke mal gleich kommt noch Panzer. Sehr geil. Da unten sind schon wieder Stegosaurier. Okay, Zeit die neuen Waffen zu testen. Beziehungsweise das heißt Keeping it Busy. Ja, that's how I roll here. Keep it up. The Mothership is weakening. Einmal krummt herum, das ist nicht schwer. Feindliches Schiff abgeschossen, auch nicht sehr. The Research Facility is taking serious damage. Oh, wow, wow. Warum baut ihr eigentlich dann nicht mehr Verteidigungsgeschütze drumherum? Fragen wir mal so. Oh. Und dann nur, weil ihr keine Verteidigungsanlagen gebaut habt. Schämt euch. Mein Gott. Hellfeuer, hellfeuer, hellfeuer. Und... Das ist für euch Keeping Busy. Ich nenne sowas... Nice work. All enemies have been eliminated. The Research Facility took quite a beating, but largely remains intact. Our engineers have at last succeeded in active... Das war ne Mission. Halte das Raumschiff ab. Alleine. Meansweeper, Meansweeper, Zone 4, Napalm. Okay. The large petrochemical reservoir container within each Napalm bomb impose a limit on the total ammunition stock. Soon after the weapon is launched, a massively powerful trench of fire blazes at over 4,000 degrees. Always be sure of your target area. Ionenstrahl. Oh, Ionenkanone, jawoll. Ähm, die Ionenkanone ersetzt... Äh, warte, ist mal Napalm. Napalm ersetzt die GP-Bombe. Ist mir egal. Äh, Disclauncher, den Ionenbeam. Der Ionenbeam könnte echt geil werden. Hm. Ah, okay, also darf ich wieder in den Dreck wegwischen. Militärische Aktionen, ladies and gentlemen. So, Mine, Mine, Mine. Scheine gar kein Feind zu sein, den ich gerade angreifen kann. Autsch. Oh nein, ganz sieben Damage. Ich bin am Boden. Machen wir den hier. Nein! Ihr Nasterner lauft. Die sind doch Minen. Team 2 is taking an alternate route to the base. Make sure it does not encounter any Mines. Ja, wie wär's, wenn ihr keine alternate... Team 1 is now clear of Mines. Schön, dass ihr mich darüber im Vorfeld in Kenntnis setzt, dass ihr einfach eine zweite Route nehmt, ihr Penner. Oh shit! Hochfliegen ist keine gute Idee. Hochfliegen ist absolut keine gute Idee. Hochfliegen ist keine gute Idee. Oh shit! Oh shit! Abtrend, abtrend, wow! Fuck a doodledoo! Okay, hier lang. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Sollten Minen nicht eigentlich irgendwie versteckt sein? Und nicht offensichtlich wie so Raumschiffe in der Luft schweben? Das wirkt auf mich nämlich ziemlich unpraktisch. Salvage Team 3 has a clear path to the base. Nice work! All Minen have been cleared. Proceed to the base ruins and protect the Salvage Team. Bin dabei, die Raumschiffe hier nerven nur ein bisschen. Moment, Ionenbeam, Mini-Rockets, Assault... Ah! So. Wer hat mir in den Rücken geschossen? Zeigt euch! Oh du, willst du stress oder was? Ionenbeam. Trajord? Nein, irgendwie nicht. So. Werde weggesplattert! Testen wir mal den Grenade-Luncher. Hm, ja. Der scheint ganz gut Damage zu machen. Das heißt, nur noch warten bis das kollegiale... Ja, gut Raumschiff ist es nicht, aber warten wir einfach bis das kollegiale Schiff hier ist. So, ich hab hier Rockets, Mavericks und Hellfire. Great. Ich dachte schon, Salvage Team 2 ist on the attack. Super, jetzt bin ich wegen euch gegen das scheiß Gebäude geflogen. Ich hoffe, ihr seid echt glücklich. Ihr seid echt glücklich. Oh. Okay. Na, wenn das ja sonst nichts ist? Ich bin gutter Zuld aus. Ich alle glaube, ich bin eben gutter Zuld aus. Ich bin jetzt noch nicht verlebt. Ja, Leute, ich kann mich auch nicht zehnteilen, ne? Schneller, 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 schneller! Salvage Team 3 is approaching the base. Salvage Team 1 is destroyed. Salvage Team 3 is taking damage. Salvage Team 1 has been wiped out. Gut, abgeschossen, abgeschossen. Fuck, fuck, fuck! Das ist wieder dieses Phänomen, unser Militär ist eigentlich recht unfähig und dir ist nicht. Lass mich verkacken, wo ist der, wo ist der? So, runter mit dem. Ja, hat nur 3 von 2, äh, ne, 2 von 3 gekostet. Ja, manche Dinge sind hier recht fragwürdig. Next Mission... Safing Game. Face Off. Zone 1. Ähm, an der Stelle, wenn ich diesen Part erstmal bin, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Ciao. ZFWO. 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 ZFWO.